Hallo, mein Name ist Katja und ich komme aus Deutschland. Ich habe die letzten drei Wochen hier im Zen-Ressort verbracht. Es war eine wunderschöne Zeit. Vor allen Dingen, die Mitarbeiter machen das hier so besonders. Unglaublich freundlich, hilfsbereit und lebenswert. Vor allem der Eigentümer Mahendra macht das hier so besonders. Er ist immer für einen da, sehr hilfreich, liebevoll, fürsorglich. Jedes Problem wird sofort nach Möglichkeit gelöst oder man versucht es zu lösen. Die Natur ist unglaublich. Es gibt mehrere Hektar Land hier außenrum und das Gemüse, die Nüsse, der Reis, alles wird hier selber geerntet und auch in der Küche verarbeitet. Der Koch ist unglaublich, das Essen schmeckt fantastisch. Die Umgebung ist sehr ruhig. Man hat genug Zeit zu entspannen, man ist oft alleine am Pool oder man kann auch in Gesellschaft sein. Es ist unglaublich, wie man hier runterkommen kann, entspannen kann, für sich sein kann und zur Ruhe kommen kann. Wenn ihr euch für hier entscheidet, genießt es. Es ist auf jeden Fall sehr schön hier. Vielen Dank. Vielen Dank.